EM-Debüt mit neuem Rekord. Beim internationalen Debüt bei der Nachwuchs-Europameisterschaft zeigten die beiden Igler-Athletinnen sehr gute Leistungen. Petra Gumpinger verpasste zwar den Aufstieg, war aber mit der Leistung zufrieden. Antonia Kaiser schaffte in der Staffel einen neuen österreichischen U20-Rekord. Kirtag in Pötting mit Oldtimer-Treffen. Rund 250 Oldies kamen mit ihren Gefährten zum Kirtag. Trotz der Wetterkapriolen ließen es sich auch gut 30 Standbetreiber nicht nehmen, bei diesem Besuchermagnet mit dabei zu sein. Natternbacher Marktfest. Rund 1000 Besucher konnte die ÖVP als Veranstalter beim Marktfest begrüßen. Ein umfangreiches Programm sorgte für kurzweilige Stunden für Jung und Alt am neuen Marktplatz. Viele Gäste ließen es sich auch nicht nehmen, in 30 Metern Höhe einen gewagten Blick auf die Gemeinde zu werfen. Theatersaison voller Erfolge. Mit einem grandiosen Finale ging im Theater Meckenhofen der Theatersommer über die Bühne. Neben einem A Cappella-Chor gab es viele Highlights, wie die Eigenproduktion Erde, eine Komödie des Lebens, die das Publikum begeisterten. UTC Grisskirchen gewinnt Tennisduell. Im Freundschaftsduell der Tennissenioren gegen Neumarkt konnten sich die Grisskirchener bei brütender Hitze erfolgreich durchsetzen. Die Begegnung wurde von den Neumarkt-Tennisfreunden mit Obmann Erwin Zuru-Kaburda hervorragend organisiert. Die Begegnung wurde von den Neumarkt-Tennisfreunden mit Obmann Erwin Zuru-Kaburda hervorragend mit Obmann Erwin Zuru-Kaburda hervorragend mit Obmann Erwin Zuru-Kaburda hervorragend mit Obmann Erwin Zuru-Kaburda hervorragend.